Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Muggitrarti und wir sind unterwegs auf der Karte Sicherhafen. Diesmal im Endeffekt durch Stufe 8, 7 und 6. Das heißt wir sind top tier. Und das hier ist so ein Web, wo ich nicht so richtig bin. Ich werde einfach mal hier stehen. Erstmal schauen, wo was aufgeht. Oh, da sind die ersten zwei aufgegangen. Oh, wir haben ihn getroffen. Das weiße, hat er Schaden gekriegt. So, der gegnerische Arm gehe ich mal draußen. Ah, Bombe. Das war knapp. Ah, okay, plötzlich. Das weiß ich. weg ich auch im richtigen winkel da so steht 2 zu 4 3, 4, 3, 3.000 HP hinten. Raus mit den Viecher. Juh, da war der Kammel weg. Sind wir noch da, wo er angezeigt war, aber er wollte wegfahren. Raus mit den Viechern. Jetzt nicht mehr. Er fragt, wer denn stehen natürlich. So, wir haben uns da angekämpft. Team 7. Locktab 6, Worte. Habt ihr Rückstand. Ah, 2, 60. Ich hätte hoch ausgehen können. Leider, dort ein Stand hat er auf alle Fälle was abgekriegt. Das war das, meine Mutter. Ich will das nicht. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Mach es. Ich hole mich. Was ist das? Wie wird das? Den? Es ist fast. Ich kann sich nicht vorerst. Das ist noch nicht so. probieren es einfach mal das 18 hat hier stehen okay du komm ich nicht nicht wer uns das lebt Schitter ist weg. Womit alle wegfahren, keine Ahnung, wieso hätte er die Superheiligkeit bei mir bleiben können, würden wir eventuell den AMX rauskriegen, da brauchen wir gerade einen Cap, die sind draußen. Warum die jetzt in den Cap kommen, haben wir keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Und der IKV schreibt, dass da blöd, wer auch ist, keine Ahnung, weil, haben wir leider vielleicht getroffen. Ich finde das schön gewesen. Aber wir gehen mir noch so, dann gucken wir uns noch das Gefecht. So, das Gefecht auf sicheren Hafen war ein Überlegstab zwischen 2er Klasse und Schläger. 1.830 Schaden, 2 Kills, 7 und 8 mal Spaßerfahrung. Damit hatten wir den viertem meisten Schaden gemacht. Eigentlich war noch 90 PS, 117, ansonsten die 8 da oben. Gut, der 53 DP etwas abgeschlagen. 8 mal geschossen, einmal getroffen, ein Direktdorschlag. Das war der Cromwell. Ja, 840 Schaden, den habe ich durchschlagen gehabt. Die Runde ging 8 Minuten 28 Sekunden und da haben wir dank Abschlussauftrag noch 39.227 8Kz Plus gemacht. Wenn ihr eine Schließung untergefallen habt, dann will ein Like da, über einen Kommentar was ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten gefälscht.